Ja, wenn man ein bisschen Platz hat so zum Laufen ist es auch nicht. Foto, 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 Foto. Blutiger Kimono. Oh, super. Ach, ey, haben wir das nicht schon genug von solchen Kimonoser? Oh, Speicherpunkt. Wo? Ah ja, gerade neben dir. Oh, sehr schön. Ich weiß, was es heißt. Da. Hm. Ich speichere noch für dich. Das mache ich natürlich gerne. Dankeschön. So, wo? Bis jetzt gerne. Ja, bei zwei, bei zwei. Bei zwei, ja. Bei zwei drüber. Und bitte sehr, der Herr. Dankeschön. Okay. Ich öffne mal ganz kurz die Karte. Ich möchte sehen, was ich jetzt hier sauber habe. Ja, du kannst aber gleich gucken, ob wir uns was kaufen können. Achso, ja, klar. Für die Punkte. Könnte nämlich sein, dass wir uns... 22.000 Punkte, kann es sein? Nee. 11.000. 11.000. Aber dann habe ich mich gerade verguckt gehabt. 11.000. Dann aktivieren wir auf jeden Fall Reichweite. Reichweite. Und für mehr Geld haben wir halt nicht übel. Wir brauchen mehr Zero-Schüsse auf jeden Fall. Dann... ...zudass Funktion haben wir nicht. Das ist... Hä? So. ME hast du jetzt ausgewählt? Das ist diese... ...dass man die Energie vom Geist zieht halt. Ja, okay. Das weiß ja gerade komisch aus, gell? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Oder hat es gerade so geflackert, weil ich dann vorbeigelaufen will. Ui, guck mal. Ah ja. Sehr schön, gell? Wie gesagt, also mit Licht und Schatten... ...da kann man nicht merken, haben sie gut gemacht. Die ist ja auch nicht so eingängig schwer, aber... Die Haupttür? Da ist die Haupttür, da ist die Nebentür. Ich würde sagen, gehen wir erstmal durch die Nebentür, oder? Okay, guck mal. Auf der Karte wurden, glaube ich, zwei Türen angezeigt. Ja. Sehr schön, Kordermedizin. Oh, eine Geisterkugel. Wir kriegen mehr Geisterkugeln, als wir... ...wirklich dann auch kaufen können. Schon, aber... Nehmen wir mal mit, natürlich. Ich werde mit dir... Wir können da nicht durch, durch den Haupteingang. Versuchen wir es mal. Verdammt! Flaschleiter! 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 Flaschleiter gibt diesen Geisterkugel... Oh! Das ist super. Hast du das gerade gesehen? Mhm. Die Reue. Die Reue. Die Reue. Sie ist von einer mächtigen Kraft verschlossen. Nicht von einem Schloss, sondern von einer mächtigen Kraft. Mein Scheiß-Controller hat vibriert wegen dem Scheiß-Blitz. Ah, 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 bist du! Nicht schlecht. Mann, dahinter! Mann. Sieht aus wie ein Priester, ne? Ja. War wahrscheinlich auch ein Priester. Ich soll nicht... Wie viele Kamera-Filme haben wir da eigentlich noch? Guck mal, was wir... Ja, was wir... Ne, du musst im Inventar gucken, oder? Ach so. Oder halt Objekte. 35. Der ist vom Typ 7, der ist halt wahrscheinlich... Der ist halt lau schwach. Ja, wahrscheinlich. Ja. Der nehmen wir halt rein, wenn wir vom anderen nichts mehr haben. Die Blumen in der Urne sind total verwelkt und trocken. Sie zerfallen in deinen Händen. Früher waren hier wohl Gäste. Wie kommst du denn da drauf? Vor 100 Jahren wahrscheinlich. Oh mein Gott. Das Geräusch, ne, diese... Das Brummen. Gut. Wie bitte? Der Kusabi kommt. Was für ein Wasabi? Der Kusabi. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Okay, woher gehen wir? Rechts oder links? Die Decken sind total niedrig. Jetzt guck mal, das Mädchen ist doch nicht groß, oder? Das ist wahrscheinlich immer 1,60. Du hast ja gesehen, der Kimono. Die ist vielleicht 1,50, ja? Die Decke geht schon noch ein bisschen hoch. Wenn ich da stehen würde, ja? Ich müsste so stehen. Nein, die Decke geht schon... Nicht viel. Hat auch ein bisschen gesehen. Bisschen, aber... Gut, in Japan sind, glaub ich, alle nicht sehr groß. Wo lang? Rechts, links? Links. Wie kommst du drauf? Im Zweifel entscheide ich mich immer für links. Okay. Und tot. Und schon sitzt da jemand. Ich hab's genau gesehen. Kann man da schon? Und schon sitzt ein klein... Ein Bug wäre jetzt auch mal nicht schlecht, so in dem Spiel. Ein Geister, das ist ja. Mensch, wir wollen doch nur ein Foto machen. Mach ein Foto. Sollen wir ein Foto machen? Ja, mach ein Foto. Nimm das! Ängstlicher. Was dachte ich, das war ein Foto? Ängstlicher. Oh, da liegt was. Oh Gott, ich mag das hier nochmal. Glühwürmchen. Sie haben ein Glühwürmchen. Du hast Kamerazubehör und Film gefunden. Power-Up-Linse. Moment. Die Moment-Zusatzfunktion. Die Funktion zeigt fatales Bild an. Zeigt bei jedem Geist das fatale Bild an, indem ein Signallicht im oberen Bereich des Suchers leuchtet. Rot leuchtet. Äh, ja, mein ich da. Das fatale Bild ist der beste Moment, einen Schnappschuss zu machen. Wenn das fatale Bild geschossen wird, gibt es während des Rückstoßes eine Schnappschussgelegenheit. In diesem Moment einen Schnappschuss auszulösen, ergibt ein Combo-Bild. Das heißt, wenn es rot ist, du schießt weg den Geist, kannst du nochmal drücken, oder was? Und dann kriegst du nochmal, also anscheinend, ja, wir versuchen es einfach aus. Learning by doing. Ich habe hier auch Sorgen. Das ist auch nicht so hundertprozentig verstanden, aber. Wo war das? War das hier? Power-Up-Linse? Nein, das musst du einstellen. Ah, das war bei gewählten Funktionen. Genau, richtig. Du kannst hier mehrere einstellen, oder? Da sind ja noch ein paar. Ich konnte nicht. Zusatzfunktionen, M-O. Achso. Die ist jetzt oben drin. Das ist die Zusatzfunktion, die haben wir jetzt. Okay, ganz klar. Geh mal in den Kameramodus, guck mal, ob man das sieht. Ja, siehst du, das hast du oben. Das kleine, das runde Ding. Wahrscheinlich, ja. Hat sie mal schnell eingebaut in die Kamera, ne? Sie ist handwerklich sein begabt. Oh, hör doch auf. Ich bin bei sie wieder. Okay. Mein Gott. Okay. Da, da, so lange soll ich nicht? Das ist die Schwester, ne? Wahrscheinlich, dass sie gerade wirklich lebt. Meinst du ein bisschen humpelt, ne? Auch. Sie ist aber die ältere Schwester, gell? Echt? Ja. Das ist keine Zwillinge, ja, du eh. Oder halt, ist sie doch Zwillinge, aber sie ist halt als erstens auf die Welt gekommen. Scheiße, die Scheiß-Tür hier, ne? Und siehst du, die rumpelt auf jeden Fall, die damals da als Kind. Oh, oh nein. Ja, mal hin. Hallo, wer bist du? So sieht es aus wie ich. Blutiger Kimono. Das blutige Kimono, ja. Okay. Jetzt kommen wir in den gleichen Raum mit, ne? Gleich im Gang, wo sie jetzt gerade drin war. Oh, die Kamera, bitte. Ja, siehst du, das ist, glaube ich, der gleiche Gang, ne? Der geht jetzt links jetzt rein. Wahrscheinlich. Ja. Ich habe es genau gewusst. Sagst du oben nicht? Alter. Das war nix. Das war echt nix. Boom! Ich habe daneben geschossen, glaube ich. Ich hoffe, da ist nicht noch einer. Ah, Gott. Boom! Ist der hässlich, ey. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es leuchtet oben. Ach, achtest du mal drauf? Ja. Wenn du schießt, wenn du Zero blickst. Und oben ist rot, kannst du gleich wieder einschießen, vielleicht. Solange es rot ist, oder? Ja, nee, das zeigt dir nur an, wo der Gegner ist. Verstehe ich es nicht wirklich. Gut, aber hat auch gut geklappt. Hat auch gut geklappt. Hast ihn fertig gemacht. Ziemlich gut. Jetzt geh doch weg. Der hat noch nicht. Wer will nochmal? Ein was? Der fetzte Schiebeltür. Du kannst in einen düsteren Raum blicken. Dankeschön. Hm. Guck mal, geh mal in den düsteren Raum. Das sind sehr viele blutige Handabdrücke an der verputzten Wand. Die Abdrücke wurden mit solcher Kraft gemacht, dass sogar der Putz vertiefen zeigt. Okay. Herr Wetter, Herr Wetter. Hallo? Sie ist von einer mächtigen Kraft verschlossen. Jetzt ist es immer gleich weiß, eine mächtige Kraft, ne? Das ist kein Schloss. Wer hält die Tür zu? Was haben wir da auf der anderen Seite? Das sind auch zwei Türen, oder? Genau hinter der. Eine Kiste. Da müssen wir später sicherlich noch rein. Guck mal, da hinter. Da, die, diese zwei Türen. Da ist eine Tür. Das ist gar keine Tür. Oh, nicht. Ah, okay. Es sah nach einer Tür aus. Und da ging es nicht rein, ne? Rechts da. Jetzt muss ich mal kurz auf der Karte gucken. Da rechts ging es nicht rein, oder? Ich schau mal kurz auf der Karte. Nein. Absolut nichts. Absolut nichts. Aber da vorne ist eine. Ja, da müssen wir, da wo ich, wo ich dann durchlaufen bin. Da, wo die lese Kimono Frau gerade drinnen wir wieder. Oh mein Gott. Ey, was? Oh mein Gott. Fall auf zurück. Ah! Hey, die ist aber echt mies drauf, ne? Sie sind mal vor dir. Alter, komm, 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 komm. Oh, bitte. Help me. Was sagt sie? Das ist mir egal, was sie sagt. Wir helfen dir nicht. Ich verpasse jetzt einfach einen Schuss. Aufpassen, sie kommen gleich ganz nah. Oh mein Gott, vorhin. Oh mein Gott, ist sie schnell. Alter. An hier vorbei, an hier vorbei, an hier vorbei. Ui, sehr stark, sehr stark. Komm jetzt, ey. Sag mal, wie nutze ich eigentlich meine, unsere Zusatzfunktion? Ja, die ist hier gar nicht. Oh Gott. Oh, Alter. Okay, die kann sich also im Raum hin und her teleportieren. Ich kann sich die Geister, gell? Ich sag's dir. Ich bin einfach so unfair. Komm, steh auf und... Wie nutze ich eigentlich unsere Funktion? Das ist la langsam, ey. La langsam? Ach so. Auf L1, kann das sein? Auf L1? Ich war eine L1, war das. Die kommen sicherlich. Da ist sie, da kommt sie. Oh, geht zurück, geht zurück. Oh Gott. Ich wollte gerade einsetzen, das ging nicht. La langsam geht auf L1, glaube ich, oder? Ich denke es auch. Versuch's mal. Kannst einfach mal gucken. Warte mal, jetzt kommt sie, sie verschwindet wahrscheinlich jetzt gleich wieder. Ja, war klar. Ist rot, ist immer noch rot. Da ist sie schon wieder. Lass ich sehen. Kommt sie wieder aus der Kurve? Ne, sie ist wieder da irgendwo. Ja, da kommt sie aus der Wand. Ja, da kommt sie aus der Wand. Komm jetzt. Warte, warte, warte. Da ist sie links. Mein Arms. L1. Ah, ne, es ging nicht. Hat nicht geglaubt. L1. Nicht? Ne. Hey, wo setzt man es da nochmal ein? Ich meine, das war halt eins. Knie doch nicht so nieder. Komm, einmal ein schönes Foto jetzt, ey. Ach, sage mal. So ein einfacher Geist. Mach es uns so zu schaffen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber sie verschwindet ja immer, bis sie mal in die Reichweite kommen. Die sind immer wieder weg. Ja, mein Arms, sagt sie. Mein Arms. Wo bist du? Irgendwo da. Ich finde, diese Geisterstimme hätten sie eigentlich können in der japanischen Originalpassung lassen. Ein bisschen für die Atmosphäre. Aber wenn man da nicht versteht, was sie sagen, aber dieses Englisch, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Das zerfließt ein bisschen, gell? Das macht es ein bisschen kaputt. Dieses strenge Englisch, my Arms, my Arms, das hat sich so, ich weiß nicht, passt irgendwie nicht so zu der Atmosphäre in einem Spiel. Ich hätte es eigentlich auch lieber, muss ich ehrlich sagen, mal in der Originalfassung gespielt, also japanisch, mit englischem oder mit deutschem Untertitel, je nachdem, wenn es es gibt. Ja, jetzt habe ich ein normales Bild gemacht, scheiße. Egal, egal. Hauptsache Bild. Ich glaube, das kommt von der Atmosphäre auf jeden Fall besser rüber. Hätte ich auch eher lieber so gespielt. Ja. Sehr schön. Sorry. Achso. Ich dachte, du hast sie erwischt. Nee. Aber ich habe ihr auch gedacht, ich habe sie erwischt, aber ich dachte, ich hatte nach... Du nimmst mal eine Verreuter Medizin, das ist einfach besser, glaube ich. Ich bin so schlecht, ey, ganz ehrlich. Ja, du, sie ist aber auch blöd. Hey, ich weiß gerade nicht, wie ich echt unsere Kraft einsetze. Es war doch L1, Mann. Es war doch Viereck. War es Viereck? War es Viereck? Probier mal ein bisschen, du hast ja jetzt ein bisschen... Guck mal, drück mal ein Viereck, bevor du schießt. Ich kann sie mal wieder erwischen. Macht halt immer ihre... Ja, ganz ehrlich! Wenn der Kaisel in der Wand steht, was willst du da machen? Gott, ey, die Frau nervt. Komm auf die Beine! Das verschwinden sie erst mal wieder. So, und da ist einfach nur ein Normales. Was gibt's denn nicht? Alter! Ja, doch normal... Oh, Freunde! Ich dreh gleich durch, ich will einen Speicherpunkt. Das ist wie so ein Bockenstein, der macht zwar eigentlich nichts, aber er geht auch nicht kaputt, ne? Die ist absoluter Käse, die Frau. Ja, ich seh, dass du in der Wand bist. Aber das ist absoluter Käse, was du da machst. Jetzt greifst du mich schon wieder an. Das hast du ja erwischt. Uuuuh! Blöde Kuh, ey. Richtig hasse. Schön gemacht. Du, es geht. Erstmal... ... ... Deine Kräutermedizin. Sehr schön. Ich meine, immer noch 13 Kräutermedizin. Dann gucken wir mal, wie wir das... Du musst bei Steuerung gucken, irgendwie, bei... Ja, schon. Äh... Ne, geht's ja nicht. Das ist blöd. Das ist auch blöd. Ähm, ich mein's... Doch, warte, 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 ich weiß wo. Wir haben ja hier, ähm, unsere Mappe. Ach so. Und da haben wir ja... La, langsam, Linse. Dreieck. Dreieck. Ähm, sobald... Er langsagt zeitweise die Bewegung des fotografierten Geistes. Zur Benutzung, äh, Dreieck drücken, sobald ein oder mehr Spiele oder Energie aufgeladen sind. Bla, bla, bla. Laden sich die automatisch wieder auf? Ja. Okay, das ist gut. Ich glaub, bei dem anderen muss man diese Geistersteine finden und die waren dann dazu gedacht, diese Power-ups einsetzen. Ja, 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 genau. Das war wirklich sehr unfair. Weil, so oft hat man die nicht gefunden und dann halt konnte man es ein, zweimal einsetzen und dann war man wieder... Alter. Alter, hast du ein krankes Lachen, bitte. Geisterkugel. Wieder eine Geisterkugel. Ey, wir können aber jetzt... Also von Equipment her und Objekten wird man... Findet man noch jetzt. Findet man noch richtig gut, muss man sagen, ist auch schön. Machen wir das? Machen wir da langsam wieder, ja. Okay, Level 1 haben wir hier drin. Jetzt können wir zwei Geisterkugeln einsetzen. Wo machen wir es rein? Ähm... Aufpimpen können wir sowieso nichts. Ne, aufpimpen können wir sowieso nichts. Ich würde es nochmal bei den Primären oben was einsetzen, die Grundfunktion. Und zwar Reichweite. Auch wenn es 20.000 das nächste kostet, aber die Reichweite ist echt... Ups. Ist echt wichtig, ne, wie man es gesehen hat. Was ist es? So, okay. Ja. Und noch einen habe ich? Dann machen wir noch aufladen, oder? Okay. Mein Gott, wir können eh nichts aufladen. Ich meine, du kannst einfach nur alles mal so durchgehen und alles auffüllen. Mit den Kugeln? Mhm. Und dann? Mhm. Vielen Dank.